Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines Retalk Video, wo ich euch ein paar Fragen stellen möchte. Was möchtet ihr in Zukunft auf meinem Kanal sehen? Minecraft, Fortnite, Paladins. Ihr habt die Möglichkeit in den Kommentaren mir zu sagen, welche Spiele ihr in Zukunft sehen wollt, welche ich mit euch zusammenzocken soll und welche ich vielleicht auch mal streamen sollte. Auch würde mich auch an euch interessieren, ob ihr der Meinung seid, was ich zu gestorben darf. Ja, die Streams werden immer gerne geguckt, nur die Videos danach nicht. Und ich dachte mir, wollt ihr mehr Videos sehen? Oder wollt ihr mehr Livestreams? Beziehungsweise, was wollt ihr? Ihr habt die Kommentarfunktion, um mehr zu sagen, beziehungsweise diesen Kanal mitzugestalten. Und ja, nutzt diese. Ich denke mal, das reicht als Fragen. Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit mitzubestimmen, wie es in Zukunft auf diesem Kanal weitergeht. Natürlich werde ich weiterhin nur Spiele spielen, die mir auch selbst gefallen. Das heißt, wenn ihr Vorschläge macht und dieses Spiel ist ultramäßig geil, denn werde ich auch mal Videos machen und werde zufrieden. Alles, was mein Herz begehrt in dem Fall, weil ich möchte mich ja nicht in oben die Schublade stecken lassen. So. Wie gesagt, das Spiel muss mir gefallen. Aber ihr habt die Möglichkeit, unten in der Kommentarfunktion endlich mal mitzubestimmen, wie es weitergehen soll. Und deshalb dachte ich mir, haut rein, Leute. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.